So, gleich weiter im Text. Wir wollten Steine sammeln, wir wollten Kohle sammeln. Und was zur Hölle wollte ich hier unten? Eisen kommt rein. Kupfer kommt rein. Aber Gerogon in der Vergangenheit wollte, dass ich runterlaufe anscheinend. Keine Ahnung. Was ist Stein? Oh, ich hab gerade eine V schon weggedrückt. Das wird denn wohl das Öl gewesen sein. Wir brauchen Fluid Handling. Nicht wirklich. Advanced Oil Processing. Brauchen wir blaues Zeug für das. Nicht gut. Plastik. Plastik brauchen wir. Schüttel brauchen wir. Beides braucht 100, 100. Damit wären diese 200 roten Science Pack, auf die ich vor kurzem noch so stolz, war recht schnell weg. Flammenwerfer. Flammenwerfer klingt schick. Aber nee. Zuerst Schwefel. Dann können wir schwefelige Säure machen und Schwefelsäure und also schickes Zeug. Und ich hab keine Ahnung, was der Gerogon in der Vergangenheit von mir wollte, also geht wieder hoch. Ich bin ein trotziger Gerogon in der Vergangenheit. Was? Nein. Gegenwart. Zukunft. Ach was. Steine. Mitnehmen. Das hier weiß ich noch. Hier wollten wir jetzt rote Science Packs und grüne Science Packs und so weiter machen. Wollten wir mal links auf die Invasion achten aus dem Westen. Wir wollten regelmäßig Stahl abholen. Stahl 50, alles gut. Eisen. Können wir ein bisschen nachwerfen, wir brauchen gar nicht so viel. Und jetzt hier, wir hätten gerne rote Science Packs. Rote Science Packs. Rote Science Packs. Rote Science Packs. Rinn, Rinn. Raus, raus. Ja, so. Eine Kiste. Eisenkiste. Hier, eine Kiste hier. Smart Inserter. Normaler Exerter. Und du brauchst nur Kupferplatten. Und Gedöns. Kupferplatten und Gedöns. Holst du abwechselnd das Zeug raus? Nein, tust du nicht. Das ist ein Problem. Das heißt, Gedöns kommt raus. Wir machen noch ein, zwei Eisengisten. Tun das da hin und tun das Gedöns da rein. Damit das gleichzeitig draufgesetzt wird. Okay, gucken wir mal, wie das jetzt ausgeht. Und ich hätte gerne ganz viel Gedöns von... Hey. Was? Eisenplatten. Ich hätte gerne ganz viel Gedöns. Jo, danke. 500 Eisenplatten. Das schaut doch gut aus. Drei. Ding, 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 ding. Ja, genau so muss das laufen. So will ich gerne alle später haben. So, Gedöns. Da rein. So, und du holst bitte rote Seinzwerks raus. Damit das Laufband nicht voll läuft. Gut. Naja, ihr werdet auch später noch ersetzt. Keine Panik. Weg. Weg. So, ja. Viel zu viele Bäume. Hier rum kommt jetzt grüne Produktion. Wir haben hier oben ja noch mehr Eisen. Das muss auf jeden Fall weg, bevor wir hier die Fabrik erweitern. Aber ich denke, Eisen entfernen wird nicht so wirklich ein Problem. Bei unserem Eisenbedarf. Was ein Problem werden könnte, ist Strom, wie ich gerade sehe. Aber nee, hält sich wacker. Oh. Produktion ist bei zwei. Konsum ist bei. Das heißt, wir kommen nicht hinterher. Performance. Ich habe mich gerade verguckt. Ja, nee, ist vollkommen in Ordnung. Also wir konsumieren zwei. Er produziert auch nur zwei, aber er könnte vier. Das ist jetzt sehr komisch. Wir brauchen weniger Strom als vorher. Okay, ich habe auch gut was an Maschinen abgebaut. Gucken wir mal. Mehr Gedöns. Aber geht das schön schnell. Ähm, da. Ähm, da. 100 da rein. Platz machen. Ich sollte sie auch mal gleichzeitig reinlegen. So als kleiner Tipp für die Zukunft. Okay. Äh, hier. Äh, hier. Gleiches Spiel. Die Gegner greifen nicht an. Das ist komisch. Also ich hatte das Gefühl, die Angriffe waren so ein kleines Testen. Wo können sie was zerhauen. Das heißt, eventuell bereiten die jetzt einen richtigen Angriff vor. Weil die haben auch eine recht interessante KI. Also die rufen sich gegenseitig zur Hilfe und machen dann so einen Stoß-Jagd-Trupp. Und der zieht dann los und will Sachen kaputt hauen. Das ist schon ganz schön garstig. Vier davon. Stahl. Licht. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. So. Mehr Licht. Mehr Licht. Eins, zwei, drei, vier. So. Ihr seid jetzt ein bisschen komplizierter. Ihr braucht nämlich abgefahrenes Zeug für grüne Science Packs. Sachen, für die wir noch kein Produktionskomplex haben. Jedenfalls keinen so schönen kleinen Runden wie hier. Das heißt, hier brauchen wir zwei Kisten für den Input. Eine Kiste für den Output. Könnte eigentlich ruhig eine Holzkiste sein, weil so viele werden da nicht reinkommen. Aber ja, du grün. Also hier kommen Fließbänder rein und da kommen gelbe Insurter. Gelbe Insurter habe ich 20. Können wir auch gerne mal reintun. Wo? Da. 21. Und dann bitte auch 21 Fließbänder da reintun. Und am Ende müssten 21 grüne Science Packs rauskommen. Was viel zu wenig ist. So, dann reißen wir euch mal ab. Und machen aus euch dann die Herstellungsstraßen für die Fließbänder und für die MRA Insurter. Genau, die können weg. Die da könnten theoretisch bleiben. Aber hier kommt vielleicht der nächste Komplex wieder hin. Rote Punkte? Nein, keine rote Punkte. Und die haben jetzt nichts zu tun. Und das ist... Ja... Licht. Hier ist jetzt überall... Tut mir leid, Komplex. Ich habe einen Fehler gemacht. Du musst leider weichen. Und du auch. Der eine oder andere wird sich denken können, warum. Sieht aber besser aus. Lalalala. Ist richtig schön und produktiv. So, weg. Also, die könnte ich es auch auf 4 reduzieren. Also, hier hoch. Hier rum. So. Dann kann die Lampe dann nämlich weg. Hier kann eine Lampe hin. Da kann eine Lampe hin. Da kann eine Lampe hin. Baum kann weg. Baum kann weg. So. Da. Du weg. Da hin. Da hin. Geht sich auf. Sehr schön. Ja. Also, es war nur ein Symmetrie-Ding. Und ich wollte nicht näher darauf eingehen. Deswegen habe ich einfach mal gearbeitet, ohne genau zu sagen, warum. Aber die Lampen hätten halt komisch gestanden. Und ich mag sowas nicht. Der eine oder andere mag jetzt schmunzeln. Aber ich denke, die meisten kennen mich ja schon ein bisschen länger. Das haut dann hin. Und hier sollen keine Fabriken hin, sondern Science-Brüste. Science-Brüste sind da. Vier Stück. Fabriken. Ja. Nächstes Ding, was falsch gebaut wurde, dementsprechend. Fabriken müssen hier hin. Da. So. Weg. 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 Mann, Mann, Mann. Das wäre jetzt bestimmt eine Folge. Anderthalb. Vollkommen zunichte gemacht. Nur wegen der Symmetrie. Aber vertraut mir. Das wird wesentlich besser aussehen später. Jedenfalls für mich. Oh. Player-Inventar ist voll. Das ist jetzt nicht so schön. Was haben wir denn abzugeben? Ganz viel Kohle und, genau, Draht. Tu mal alles an Draht, bis auf einen Steck da rein. Danke. Dann füll bitte die hier alle mit frischer Kohle. So. Nimm den Stahl. Eisenplatten haben wir gerade keine über. Ah, wir sind fertig. Du. 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 Ihr braucht auch Arme. Da. 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 Und ich sehe das nicht wirklich kommen, dass wir die jemals wieder durchgehen oder laufen haben werden. Aber wer weiß. Ah, 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 ah. Du kannst ruhig da bleiben. Du solltest weg. So. Sehr gut. Hier staut sich das, verständlicherweise. Das sammeln wir alles ein. Zahnräder liegen wahllos auf dem Boden verteilt rum. Auch nicht so schön. Aber sei es drum. Hier. Hier kommen jetzt wieder die roten. Alternativ könnten wir rote und grüne machen auf einem Fließband. Und die kommen sie nicht in die Quere, oder? Die brauchen all die Gears. Die brauchen das und das. Ne, das müsste klappen. Testen wir mal. Zip. Zip. Straße rum. Das heißt, wir brauchen aber vier Input-Kisten. Das könnte interessant werden. Darum. Darum alles passt. Lichter viel noch, weil es nicht so schwimmen. Vier Input-Kisten. Eins, zwei, drei. Falscher abstimmt. Zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Zwei Rausholer. Einmal für Rot. Einmal für, was? Einmal für Grün. So, also Kupferplatten, Zahnräder. Insurter, Arm. Oh Gott. Ich habe langsam das Gefühl, dass es keine gute Idee war, das so zu machen. Aber gut. Und 100 Kupferplatten. 100 Zahnräder. Das sind schon mal die roten. Ja. Na gut, da können wir auch gleich 200 und 200 machen. Hier brauchen wir jetzt 50 Insurter. Haben wir. Ja, 50 Insurter. 50 Insurter rein. Hier 50 Transport-Pails rein. Unbedingt. Der nächste Maschinenpark, den wir jetzt hier aufbauen werden, ist für die Arme und für die Transport-Bails. Das geht nicht anders. Wenn die denn auch parallel gebaut werden können. Wobei ich da schon wieder denke, dass es nicht klappen wird. Gucken wir mal. Doofes Fließband, lass mich stehen. Was hätten wir denn gerne? Was hätten wir denn gerne? Eisen und Eisen. Und Eisen und Eisen und Electric Circuits. Was heißt? Was heißt? Das klappt nicht. Transport-Bails. 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 Insurter. 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 Die brauchen auch die Chips. Das wird ebenfalls ein Problem, denn wir haben noch keine Chip-Manufaktur. Können wir aber von Hand so ein paar herstellen? Ja. Das muss auch noch alles weg. Und alles eingeräumt werden. So. Automatisierung wird abgeschafft. Wir wollen volle Kontrolle. Auch wenn man natürlich mit Automatisierung noch mehr hat. Aber dazu braucht man gerade mehr Übersicht als ich. Das ist falsch rum. Mehr Übersicht als ich habe. Gerade mit den etwas längeren Pausen teilweise zwischen Aufnahmen. Das ist immer ein bisschen doof. Und mit dem System hier klappt das wesentlich besser. So. Also. Die Ärmchen werden hergestellt. Wir brauchen Kisten. Äh. Da. Kisten. Mit. Eins. Zwei. Drei. Sachen waren das. Nämlich Platten. Iron Wheels. Electric Circuits. Und dann eine Kiste für die Ärmchen. Und du brauchst noch die guten Strommasten. Da. Da. Geh weg. So. Strommesser. Äh. 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 Ähm. 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 Eins. Zwei. Drei. Du holst bitte raus. Ähm. Ähm. Holst deine Kollegen aus der Patsche. Äh. Da. Also. Eisenplatten haben wir wenig. Zahnräder haben wir wenig. Der Baum muss weg. Ja. Mm-hmm. Yeah. See ya. Vielen Dank.